Oh mein Gott, als ob es nicht schon genug wäre, dass ich Xion nicht one-shotten kann wegen ihrer Ulti, kann ich Zillion nicht one-shotten wegen seiner Ulti und die anderen nicht wegen seiner Ulti und Echo auch nicht wegen... It's fine, it's fine, lock in Season, lock in Season. And then Jax, Bro, it's fine, ich lock in, ich lock in, was soll passieren? Alter, es ist literally Anti-Ranger-Comp, es ist Jax Support, big dick Zillion, 2 Millionen, Jax Support, Freak Season, Echo Juggle. Was ist das für ein Freak Season Spiel? Das kann nach hinten losgehen. Mighty Level 2 Rangan Wade, das kann nach hinten losgehen. Ich hoffe, er macht Red Crux first, though. Ich hoffe es. Er hat Red Rapper first gemacht. Ich glaube, Gragas und Push real quick. Real. Halte wie, ich muss da sehr schnell sein. Ich bin kein Feig. 8-Tch. Ich bin kein Feig. das game ist so no i'm dead oh no they are so mad danke dir KVX, danke dir bro i mean i'm so rich opportunity rush baby i can't echo and vayden, but it's not worth it spielewaffe objectives come on now little guy wen invadest du hier habibi wen invadest du mich? nah i have my homies my team is actually spielt actually this game by the way oh er überlebt lol er ist tot er ist tot er ist tot fetsack on tour by the way ich kann actually sein red buff invaden bully soll kommen alle sollen kommen ich kann 1v3'n er ist ein red er war so schnell drake ok, wisst ihr welches item ich als nächstes gehe? wir gehen komplett snowball let's get it opportunity movement speed jetzt noch barrier eckert ulti ne? nice haben die wards hier? ja ich will xia wieder killen sich einander enttölt die arme wir haben jedes objective wir haben 9 kills minute 11 la Deputy 5 4 0 0 der 1 2 5 5 Ah, Klaus. We're a playteam. See you there. Bro, diese lags, doch. Wo ist der Faber, der hat mit der Cucum damage gemacht? Ich kann doch Jacks turnen sollen. Ich hab meine Ege gemisst, Bro. Ich kann nicht snowboarden, während ich komm zu Kansas. Echo ult, Zillian ulti. Xayah ulti. Pussy is so hot. Split map. Split the map, dawg. So, we are not igniting, we are not doing anything there. We don't ever lose it, by the way. W-wieso benutzen die keine Abilities, though? What? Like, wieso darf der Nocturne und der Rocker einfach auf mich Abilities nutzen? Mein Team macht gar nichts. Whatever, who cares? Actually, I care. What angle? Womöglich. Womöglich. Ah, mein Pad ist so useless. Oh, 3 nach 6 spiel ich in Fashion Zone, my bad. Oh, 3 nach 6 spiel ich in Fashion Zone, my bad. Ohohoh! Okay, big! 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 Okay, dead. Big! Big! куch. Big Paulo! Ich kann ihn nicht killen. Doch, er ist um. Oh mein Gott, ich hab ihn gekillt. Thank you as fuck, der Typ. Ich hab Eclipse. Oh, ich bin fat as fuck, Bro. Ich werd direkt invaden seinen Red Buff. Oh. 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 Nein, noch 10 Ulti. Yippee, clean dive, baby. No, I care. Yeah, brah. Should I try Trinity Force? Aye, musste nicht flashen. Kill ihn, come on doll. Ah, er hat nicht gereacht. Oh my god, die haben Harrod gemacht. I love you. Lule, danke Bro. So, 1 Eclipse, almost every game. Deutschland. Ich wollte gar nicht meine Empowered Dings benutzen. Okay. 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 Okay.